Die alten Schmankerlen, das ist schwer. So, Zauberfuß, Leute, da laube ich mal wieder ein bissel, oder? Ja. So, was haben wir denn da für eine Schmankerle, die da der Büro Freddy wieder rausgezaubert? Ja. Und jetzt auf. Wie sagst du? Calofander. Fuma. Fuma. Lucky Star Fireworks. Steht da. Ja, von da zu meines noch. Das waren die. Und da haben wir Calo Salute. Oder Salute, die gleiche Marke, oder? Ja. Aber das sind die Nachfolge, oder? Hast du gesagt. Das waren die erste, das sind die Nachfolge. Ja, genau. Okay. Dann fangen wir mal mit so an, oder? Ja. So, wer möchte die Lampe machen? Ja, die kann ich. Ach so, Lampe. Auf die Feuerlampe. Achtung. So. Noch einmal der. Der erste. Gut, da ist's. Ich hab mir gedacht, da kommt noch eine Vorbrenne vom Schnallschuh. So, dann so einer, oder? Ja. So ein Teil. Kommt den Knall an. Und das ist ein Blinder. Da ist was schiefgegangen. Oh, das ist so laut, he. Und da ist das Ding. Dann wieder so einer, oder? Ja. Wahnsinn, was Thomas uns gegeben hat. Ja, der ist recht. Oh. Ja, putain. Ja, wo hat der vorher keinen Vorbrenner gehabt? Sicher. Hab ich gesehen? Ja, der erste. Ja, der erste ist ja gleich. Ja, ja. Ja. Ja, putain. Ja, putain. Wahnsinn, was es damals zu geben hat. Ja, wild, ne? Aber seht ihr mal, die schönen Schatzhäler. Den Rest hab ich jetzt noch nicht mehr seh ich. Weil das ist zum Genusszündeln. Also, bis zum nächsten Mal. Und Servus. Ach so, zum dazusagen, das schicke ich heute noch eine kurze Schmankerle. Und dann, so nach, nach Mitternacht, wenn wir alles verschossen haben, kommt noch das Video von Silvesterfeiern von uns. Also, viel Spaß und für dir.